Entschuldigung, du musst auf 30.6. Hallo! Na? Welche krieg ich? Such dir einen aus! Oh, der hat mir verspünftiges Grüne! Grüne kommst du ja, meinst du. Aber du musstest dann auch umsetzen. Ja, das war alles schon. Wir haben einen schönen Zusammenschnitt gemacht, der ganzen Reden von 2011. Ja. Wenn wir seit 10.6. machen, dann werden wir... So schnell wie möglich. Wie viel werden es denn? Ja, wir haben ja eigentlich damals bei Randers 2.1. haben wir gesagt, wenn alles gut geht, dann schaffen wir zwar, könnte man 2.4. schaffen, das haben wir aber leider ja schon zwei Jahre verloren. Also so schnell wie möglich. Ja, aber jetzt für die nächste Legislaturperiode? Wie viel ist das? So schnell wie möglich. Ja, das sage ich jetzt nicht zu zahlen, aber da kannst du das nur wirklich drauf machen. Das wäre doch aber konkret, dann wissen die Wähler, was... So schnell wie möglich. So, jetzt werde ich direkt. Was? Und das ist jetzt nicht so viel zu machen. Ich kann euch mal probieren. Was? Wie gehen Sie denn jetzt? Ah, ein Pinke? Ah, stimmt. Die Kommission wissen ja, dass es heute noch mehr Kriterien festklingt, um die Ausschüßung zu finden, dass die Kommission getoppt hat, um den Sitzenden zu verstehen. Das sind die verschiedenen Standorte seitlichen der Entsteckung. Es gibt Daten für Dorling nach dieser Sitzenden. Das Gerüche sind schon ausgehoben. Das Geräte wird schon festgelegt. Das ist klar, dass wir nach Dorling durchsetzen. Wer hat gesagt, dass wir nach Dorling gehören, 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 dass wir nach Dorling gehören. Das Geräte ist das Ende. 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 So, wir sehen jetzt, dass das schneller wird. Wir kommen aus. Die sind aber schön. Darf ich die behalten? Nein. Ehrlich, die kriege ich. Ist so hart? Aber da musst du auch gehen. Nein. So. Komm her. Komm her. Komm her. Ich würde sie umarmen lassen. Ich ziehe die Turnschule wieder an. Aber ich meine ehrlich sagen, mit der kann man erstmal aufhören. Nein, wir können das mal kurz vor. Ich würde sie umarmen lassen. W Ey, da können wir ja noch kurz vor. Hörst du, wenn du da bist. Das hast du gerade noch? Hallo. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.